Zurück in der Joyzone Love mit dem Bachelor und dem selbsternannten Sexgott, dem Wujo Gavritsch. Und der Wujo hat jetzt für alle Männer vor allem zu Hause ein paar gute Tipps bereit, weil meine nächste Frage ist die folgende. Wujo, wenn du auf die Pirsch gehst, wie machst du das, wenn du ein Girl möchtest ansprechen? Respektive, was hast du für Tipps für die Männer, die vielleicht ein bisschen scheicher sind oder vielleicht ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben? Was hast du für Tipps für die? Ja, es kommt immer darauf an, ob du im Nachtclub bist oder irgendwo am Nachmittag beim Lunchen oder im Dinner, keine Ahnung, am Abend. Was momentan einfach heinhaut, wo die Frau zum Lachen bringt, ist das erste Mal, wenn du sagst, ey, deine Augen haben geblinkt. Ja gut, das kannst du schon sagen. Ja, klar, aber ein Typ ja auch, ein Typ ja auch, weil sie fängt sich dann gerade an zu grillen und weiss, das ist der Spruch vom Bachelor und finden sie irgendwo durch cool. Mit dem, habe ich jetzt auch schon erfahren, kommst du ins Gespräch rein. Kannst du wenigstens anfangen zu reden. Ob es zu etwas kommt, spielt keine Rolle. Aber du kommst schon mal ins Gespräch. Also, aber Wujo, schau, wenn jetzt du zu einer reingehst und sagst, deine Augen haben geblinkt, sie fassen davon lachen. Aber der, dann sieht sie den Bachelor und dann sieht sie ja nicht den Wujo Gavric. Genau. Das war jetzt auch so ein Joke-Tipp, aber klar, ich spreche ja auch nicht so viele Frauen an, vor allem nicht im Moment. Aber... Aus welchem Grund? Weil du angesprochen wirst? Zum Teil auch, klar, ja. Aber wir sind bei den Tipps für alle armen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Männer. Nein, armen nicht. Klar, es kommt immer auf die Jahreszeit darauf an. Jetzt, wo Frühling, Sommer anfängt, kannst du auch mal ein Kompliment machen, wenn eine Frau eine coole High-Heels an hat oder einen Miniship, dass sie auch ein bisschen gut angelegt ist. Zum Teil auch der Standardspruch, aber nicht so irgendein Verspruch gibt, ja, wenn ich dich anschaue, Sonnenschein und muss eine Brille anlegen, du machst mich blind von deiner Schönheit. Sollte Sprüche nicht. Gut. Anmachssprüche von dir, die sonst immer zieht, ausser der, der blinkt. Was hast du für Anmachssprüche? Ja, ich habe zum Beispiel wirklich keinen richtigen Anmachssprüche. Ich gehe einfach mal hin und frage, ob sie etwas trinken will. Kommt gerade darauf an, wenn sie vielleicht an der Bar ist und sage, weisst du, ich lasse sie gerne auf einen Drink ein, auf das Portmonnaie stecken lassen und dann mache ich es gerade so. Gut. Anmachssprüche haben wir gemacht. Nachher das Thema, das wir mit einer Frau wählen sollen, um zu sprechen. Wahrscheinlich nicht gerade über einen Atomkrieg von Korea oder weiss ich mal. Und du kannst ja fragen, v.a. klubtechnisch, ob sie das erste Mal in diesem Klub ist, von wo sie überhaupt ist und wie es ihr gefällt. Vielleicht sagt sie, sie ist von Basel oder von Bern und sagt, ihr Zürcher sind so und so, alle hochnäsig und arrogant. Keine Ahnung, das ist ein Thema, wo man dir dann sagen kann, wir Zürcher sind eigentlich die Besten. Ist das? Gut, dann kommt wieder die Arroganze. Nein, aber du sagst es, ich merke es an, Humor ist quasi der Schlüssel. Absolut. Ist das so? Kannst du das unterschreiben? Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Was muss deine Traumfrau alles mitbringen? Wir haben die Vorhinterfelle, vielleicht für euch zu Hause mehr, haben sie gesehen. Unter daran, hier bei uns, ZEG hat es geheissen, Leggings und Snickers muss sie mitbringen, u.a. bei dir. Genau. Ich habe jetzt gesagt, klar, ich kann schon eine Frau ein Kompliment machen, wenn sie für alle die draussen Leute, die zuschauen, wenn eine Frau Heihäuse anhat im Sommer und 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 und. Für mich, eine Frau will denken, ich stehe auf Heihäuse, Miniship. Nein. Ich finde bei einer Frau cool Style Leggings, Snickers, jenes Top, da drehe ich absolut durch. Also in diesem Fall, wenn man dich ein bisschen näher kennenlernen will, lieber Buja. Dann muss man in diesem Fall Leggings anlegen und Snickers. Ihr habt es gehört, Frauen draussen, wenn ihr den Bachelor oder eben der Wujo Gavritsch, das ist ja glaube ich noch wichtig, wenn ihr den Wujo kennenlernen will, dann legt ihr dich mit Leggings und Snickers an. Wujo, vielen Dank, du warst bei mir auf dem Sofa. Zeig ganz kurz einen Schlusssatz, wo kann man dir schreiben für Sexfragen? Für Sexfragen kann ich mir schreiben auf wujogavritsch at legmag.ca. Wunderbar, kann man das machen. Danke nochmals, du bist bei mir gewesen. Weiterhin alles Gute und viel Spass beim Flirten und weiterhin alles Gute, wie Sexfragen geht. Danke sehr vielmal. Danke euch daheim fürs Zuschauen und vor allem fürs Mitschatten. Ich habe den Chat ein wenig beobachtet, es ist verdammt abgegangen. Vielen, vielen Dank für das. Jetzt wünschen wir euch alles Gute, viel Spass beim Flirten und kommen in gute Frühling hinein. Ade zusammen.